Nimmst du noch deine Pillen? Was? Du hast mich verstanden, deine Medikamente. Die nimmst du noch, oder? Tust du es? Ja. Ich nehm meine fucking Medikamente, Fiona. Ich bin nur wahnsinnig sauer auf dich. Willst du mich für den Rest meines Lebens verdächtigen, dass ich meine Pillen nicht nehme, wenn ich mal austicke? Aber ich darf stinksauer werden auf miese Drecksäue, wenn sie nämlich fucking miese Drecksäue zu mir sind! Und dann, bei mir. Ich esse tue F material. Schleif, ich weiß nicht, weil ich heute nicht alles ankommen. Ich weiß nicht. Sohle Finschleif. Ich weiß nicht, ob die Bettelbewegschläge Future. Ich weiß nicht, ob ich mich nie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020